Hey, was geht denn ab in dieser kleinen, wunderschönen Welt? Wichtigste ist nicht Geld, sondern wer ist der größte Superheld? Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute hier auf unserem neuen Kanal. Auf dem einfach Neues sagen. Für Leute, die Neues sind, denken dann das Neue-Kanal. Ich bin mit einfach. Ich bin ein bisschen neuer YouTuber. Heute haben wir ein neues Format für euch. Und zwar, wer schafft es, leiser zu sein? Es funktioniert so. Wir haben jeweils vier Dinge. Zum Beispiel eine Cola-Dose. Ich bin dran, ich mach die Cola-Dose so leise wie möglich auf. Dieses Format hat man vielleicht schon gesehen bei den Side-Mans. Das sind andere, nee, englische YouTuber, ne? Ja, Kommentare. Kommentare. Ich nehm den Kommentar von Abi Bergso. Ich liebe es sehr, wie aktiv ihr im Moment seid. Man hat euch so vermisst. Steht wirklich leer, wirklich. Stopp dich, stopp. Ihr bringt YouTube wieder back. Jeng Karaslan. Jengoo. Nein, ne? Schreibt, ach, ich liebe euch, Jungs. Ja, ich gucke euch so lange schon. Freue mich, wenn ihr da was hochlebt. Kommt nach Berlin, wir gehen Adana essen. Bruder, ich küss dein Auge. Das Angebot, Habibi. Ich küss auch deine Augen vor deinem... Auto, küss dein Auto? Auch zum Beispiel, auch egal. Auch dein Adana. What? Kebab auf dem Tisch. Nicht, nein. Nein, ich hab verstanden was. Nein. Wallah, auf dem Tisch. Okay. So, die niedrigste Anzeige auf diesem Messgerät ist ungefähr 30 Dezibel. Also 30 heißt ungeschwärts. 30 und 33. Okay. Das ist ungefähr 0 dann. Versteht ihr, was ich meine? Da ist immer 0. Irgendwie geht der nicht weiter runter. Keine Ahnung, das ist kaputt bei Ihnen. Ich hab full Durst, deswegen würde ich sagen, dass wir anfangen mit einer Cola-Dose. Ja. Okay? Ja. Man muss immer einmal Stille sagen, dann ist jeder im Publikum einmal bitte ruhig. Ja, ihr seid alle ruhig hier, alle. Stille! Ich hab geistkrank gespuckt. Ich hab geistkrank gespuckt. 79,8. Scheiße, man, Digga. Ihr habt mir echt richtig Mühe gegeben, Digga. Erstmal Schluck Cola an einer Chappe. Das war schon ordentlich auf jeden Fall. Das ist Rassismus, Bruder. Das ist Rassismus, Bruder. Raja, 79,8 war das. Genau. Wenn ihr jetzt Albo und dann 79 schafft, dann wisst ihr was los ist, ne? Dann kriegt ihr einen Preis. Warum war das so? Ihr kriegt keinen Preis. Nein, ihr kriegt gar nicht. Stille! ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk